eigentlich so von jedem tier 1 so Schildkröten, großen Hai, einen kleinen Hai, einen Schwertfisch, einen Wal, aber das hat kaum zu schaffen, außerdem einen Wal, naja, das geht nicht und die Tiere tun einem auch leid, also mir zumindest, nur, bitte nicht rausfallen, so sind jetzt die Lampen an, ja ich sehe sie, ich sehe das Haus zwar nicht, aber ich sehe die Lampen wie sie leuchten, aus der Bahn, Mensch, Jukka ist mal wieder gut, wenn wir was gebrauchen können, dann ist es Jukka, nicht, wahrscheinlich habe ich nur so eine Frame Drops für den ganzen Jukka auf der Insel, Achso, ich wollte hier das Dach flicken, wo ich jetzt erst Löcher reingekloppt habe, und vor allem wollte ich die Frames auf ein Minimum reduzieren, das habe ich, glaube ich, geschafft, die Foundation, die sind auch immer so teuer, zum Geier, lässt du mich hier nicht bauen, Du sagst mir jetzt nicht, dass ich hier umsonst, Äh, hier, hier geht's, ne, auf ne Leiter drauf bauen, aber hier nicht, oder was? Nee, musst du von unten machen! Nerv. Ja, das war's schon wieder mit dem Holz, oder wie? Oder wie, oder wat? Hä? Hatte ich nur, ich hatte auch nicht nur 8 Sticks mitgenommen. Ach nee, 16. Mensch, hat der gelohnt. Und wieder zurück. Das ist, oh, so nervig. So, einmal können wir uns die Taschen nochmal vollkloppen da. Ich könnte auch nochmal, äh, Wachs absuchen. Dass ich nochmal einen, äh, Sauerstofftank finde und dann versuche nochmal in die, tieferen Gewässer einzusteigen. Aber erstmal möchte ich, mein Haus, fertig, bauen, also, das wird wahrscheinlich nie fertig werden, aber, Einmal fahre ich noch. Ich hab' immer noch nicht gespeichert. Ich hab' immer noch nicht gespeichert. Nenke ich sehr un-clever. Ah, wat soll passieren? Hier mein Kumpel heute, als wir unser, also, als wir mein Moped zusammengebaut haben. Ach, wat soll schon passieren? Und dann ging wieder irgendwas nicht. Ich sage immer, man soll immer vom Negativsten ausgehen, dann kann ich nichts mehr erschrecken. Längst möchte ich wirklich hier runtertauchen in diesen Schlund des Nichts, wo wahrscheinlich auch nichts sein wird. Außer Tod und Verderben, dicke fette Grippe, wo ich einfach nur, eigentlich nur einfach, kann man gar nicht von der Stelle hier, soweit ist es schon, ein Rochen und unten drunter ein Hai, verstehe ich auch nicht, warum man sich ein Rochen nicht grillen kann, eigentlich müsste man sich hier alles grillen können, was hier kreucht und schleucht, aber scheinbar geht das nicht. Was war denn das jetzt für ein Bug im Bug? einer geht noch einer geht noch hier die kribbel palme hat sie gehört wer sich nicht fällen lassen die ist viel für mich gemacht die palme ganz eindeutig wo ist mein boot, mein boot, knallgelbes gummiboot genau den da ist wieder ein hai zwei kleine haie oh nebel was ist denn hier heute mit dem wetter los ich meine das sind jetzt hier schon vier tage oder so aber in dem spiel aber trotzdem ist es echt nervig ich gehe gleich wieder baden niemals neue challenge sollte man doch ein archiv mit einrichten einmal eine rudertour gemacht ohne runter zu fallen das wärs wert das war ein kleiner anekdotischer scherz aber immerhin so weit ich auch nicht sehen kann habe ich auch wieder hohe frame zahlen alles seine v- und nachteile dafür sehe ich nicht wo ich hinfahre aber ich weiß immer wann meine heimat in sie geladen wird weil es so eine derbes leck gibt so zum beispiel das war der eintritt in die atmosphäre praktisch pragmatisch quasi alter was sind denn die für fische die leuchten ja hier wie rubine habt ihr das gesehen guck mal moor fische bitte so 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 hammer so so nein hammer schaffe schaffe häusle baue 3 fps haben noch nicht ganz aber super support support zack und eine wall da eine wall eine wall da eine wall noch eine wall windows wall da machst du da mehr sind besser nicht so und schon ist wieder alles weggeballert da kann ich gar nicht mit anfangen hier nichts extra keine keine kein winde reingemacht weil ich ja hier jetzt habe da und weil ich meinen mörder ausguck habe so meine freunde und jetzt sind wir mal das nachts mal wieder hier wo der hammer der wird ja ich auch bald in das 7 prozent das geht er ist also quasi schon kaputt der hammer er zerfällt bloß einfach nicht so ich habe ja hier vier flair ganz ich habe versprochen ich möchte einfach mal sehen wie das aussieht klasse lampen mal aus einmal tief durchatmen die stille genießen seid ihr bereit für den ultimativen augenblick feuerwerk aber schick sieht es aus ne war es das schon hier hält ja nicht lange jetzt her guck mal an ich habe sogar mehrere schuss also zwei umgenutzt zu sein das heißt ich habe hier ich dachte immer ich habe bloß ein schuss pro kanone aber dahin zwei schuss also habe ich jetzt acht schuss lehr munition aber das war doch mal schön ne vielleicht war ja sogar silvester hey volker nachts what's going on warum sind die lampen aus lack auch viel mehr lampen viel mehr lampen brauche ich irgendwie ganz schön viel hunger in letzter zeit diskus 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 ich muss noch mal gucken weil irgendeiner war hier nämlich nicht zum verzehr geeignet ja volker nachts i know there is no other viewer hier ich habe nicht streamed für lange Zeit weil die internet ist sehr schlecht gut dass die sardinen überhaupt gar nichts bringen ich werde mir die kokosnüsse knacken weil durst habe ich auch außerdem nehmen die nur platz weg immer den falschen knopf jetzt kann ich mal saven so volker nachts what do you think about my nice house looks great doesn't it not in the back door but in the front it's pretty nice i think or not oh potato so i put it on our rot in the back door don't know in english what's what it means in english lost grill ah in my heart so 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 mal eine andere insel mit westen kein holz mehr wie immer das klang nach high so 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 ich wünschte es würde mal wieder ein neuer patch kommen die sea forts also diese seefestungen waren jetzt auch nicht so überragend fand ich jetzt man braucht wieder ein bisschen mehr motivation um mehr zeit zu investieren in das spiel ist das jetzt wieder diese komische insel ohne palm ja ne finde ich lustig da würden sich ja mal ein extra thumbnail einfallen lassen können warum ist denn jetzt einfach weggeploppt das ist die insel ohne palm super da ruhe ich einfach mal ganz gekonnt dran vorbei ist ja praktisch gleich dahinter die insel da ja ja ich muss sagen es von der dieb ist eigentlich ein recht entspanntes spiel das kam mal so runter zu kommen bisschen zocken bisschen zocken ich spiel jetzt momentan noch viel gta ich gucke gucke ich da mal rein ich gucke da einfach mal rein ist ja auch gleich unter der wasserfläche aber ich möchte sagen hier war ich schon mal weil ich da mal so nach antibiotika gesucht hatte ich weiß nicht guck an ne axt jerry can was ist mit dem der schwimmt einfach so im kreis bandagen mit dem fischfaser ich glaube der hat ein problem schwimmt einfach immer nur im kreis alles klar wahnsinn dass es noch schiffe gibt wo ich noch nicht drin war hätte schwören können ich war hier schon drin ha ein airtank das lange aron in auch die 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 die